Das sollte sich in einer Trifft-Store hängen. Das blöde schlägt mich. Willst du für eine Midnight-Schwimmen? Der Blackwell-Pool ist uns. Oder schwimmen? Willst du diesen Risiko jetzt nehmen? Es war eine Kray-Week. Du lässt mich nicht das Geld, um Frank zu bezahlen. Also, wenn er eine Kappe in meinen Schrauben schlägt, soll ich mich für ein paar Minuten ein wenig kreativ Geld haben. Splish Splash? Du bist richtig. Wir Hela verdienen es. Splish Splash. Hast du eigentlich nur Hela gesagt? Ich denke, ich bin eine gute, schlechte Influencer auf dich. Und es ist immer noch Nacht, und wir befinden uns immer noch auf dem Gelände der Blackwell Academy. Und wie es aussieht, versucht Chloe nun, dieses Gebäude einzubrechen, in das vermeintliche Schwimmbad. Natürlich mit dem Generalschlüssel geht das relativ gut. Und siehe da, voila, die beiden sind im Gebäude. Ja, und die Chloe verlässt sich ziemlich drauf, automat. Ich würde einen Soda lieben, aber... ... ich werde nur gehalten. Ach, doch nicht wegen einem Soda, Max. Was steht da? Swimmer Championship Objectives. Teamplay. Okay. Manns Locker Room. Ah, interessant, interessant. Aber wir können hier nicht rein. Schade. So, hier anzeigen. Die lesen wir schnell. Ich habe eigentlich nicht Zeit, diese Taucherbrille zu unterscheiden. Ach, warum nicht? Vermüsste Taucherbrille. Ich gebe zu, ich bin schüsselig und habe meine Flexi-Waff-Tauchbrille verlegt. Wer sie findet, hat sich ewig während Dankbarkeit und einen 25-Dollar-Gutschein für Bean-Hip-Café verdient. Kontakt. Ray Siren. R-Siren. Doppelpunkt. Blackwell-Academy. Also der Doppelpunkt sollte eigentlich ein Ad sein. Haben sie ein bisschen verpeilt, die Übersetzer? Naja, kann passieren. So ein Plakat. Moment, da haben wir hier noch das Plakat. Gucken wir auch noch an. Ich hoffe, die Taucher werden überleben. Hohohoho. Die Erde kann nicht warten. Informiere dich. Dann leite es weiter. Werde doch heute ein Eko-Freiwilliger. Für weitere Informationen icecapped.oo Aha. Das bedeutet... Ähm, ja. Gut. Zurück. Und da oben. Ähm, hier. Wenn ich nur das Mysterium der verletzten Katze verletzen kann. Ohne Fragen zu stellen. Wenn du etwas weißt oder den Rucksack zurückgeben möchtest, hast du meine Infos. Bitte. Ah, das arme Tablet. Es wird nie wieder zurückkommen. So, Pokale. Geh, Otters. So. Gut. Hier sind ein paar Pokale. Also, wir müssen mit Chloe reden. Ah, ich kann wählen. Hm. Wo gehen wir jetzt in Mädchen umkleiden oder Jungen umkleiden? Komm, natürlich. Wir gehen in die Jungen umkleiden. Jungen, natürlich. Figuren. Perf. Ja, ha, ha, ha. Lass mich mal schauen, ob der Pohle heftig ist. Gut. Dann sehen wir uns hier mal vorsichtig um. So. Jacke. Äh, Jacke. Nicht Jake, sondern Jacke. Ich glaube, jemand hat sich vergessen, dass ihr Blackwell-Spirit. Okay. Was haben wir hier? Logan Schließfach. Das weiß ich von der Weite schon. Okay. Ich glaube, ich sollte diese Evolution sein. Dana. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Aber ich denke immer noch an dich. Küsschen, Logan. Ja, es hilft nicht viel, wenn das in deinem Spintank hängt, Logan. Das müsstest du der Dana schon geben. Was haben wir hier noch? Haben wir da irgendwas? Nö, ist noch offen. Okay. Poolregeln brauchen wir jetzt auch nicht wirklich, weil es ist Nacht. Da müssen wir uns an keine Regeln halten. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Sechs mich ab. Ja, warum auch nicht, ne? Manchmal. Keine Sorgen. Es ist alles schlecht. Es ist ohnehin alles schlecht. Ja. So, was haben wir hier noch? Nichts besonderes. Wäscheschrank. Und ach, guck mal hier. Die Schwimmutensilien. Das muss für Schwimmflügel sein. Nein, das kann auch für Schwimmflügel. Das kann auch für Erwachsene sein, die nicht schwimmen können. Soll es ja geben. Und sie weiß, dass von der Weiten, dass das Zerch gehört. Warum nicht? Oh, ein Handy. Guck mal. Zack ist wirklich schuldig. Wisst ihr nicht, was passiert, wenn ich hier bin? Victoria Chase. Ah, Moment. Das können wir lesen. Victoria. Hey, denke gerade an was Unartiges und dich. Zack, cool. Was hast du da an? Ah, nur meine Kristallkette und mein Handy. Heiß. Was hast du an? Ich bin in der Umkleide. Nur mein Trikot. Sitze auf meinem Football. Oh, ein perversling. Ja. Süß. Immer diese Geschichtchen, die man einfach so sehen kann. Ach, und Wallen hat sein Schließfach auch offen. Sehr klug. Betty hat das in Jefferson's Klasse entwickelt. Aber warum? Max. Du Dummchen. Warum? Warum hat Warren bloß ein Bild von ihm und mir in seinem Spind? Some poor Hipster lost their Vape. Nathan, Schließfach. Ja, Nathan darf das. Klar. Diazepam. Hm. Ist glaube ich nicht. Das ist so ein Beruhigungsding, oder? Hm. Ja, ist sicherlich... Gut, er wird's wahrscheinlich brauchen. So, das haben wir schon alles gesehen. Was gibt's hier sonst noch Schönes? Das haben wir auch schon. Dann gucken wir doch mal weiter. Gut, umziehen können wir uns hier... Ach, hier ist noch eine Dose. Können wir die noch irgendwie... Nö. Schade. So, dann schauen wir hier weiter. Ah, und es scheinen jetzt die Duschen zu sein. Hier die WCs. Hm, es ist schön zu wissen, dass Victoria etwas außer sich selbst liebt. Ja, proportional richtig gut dargestellt. Klar, ne? Okay, ich sag jetzt nichts dazu. Willkommen zu 1950. Max ist ein Feminazi. Ach, wirklich? So schlimm ist die Max dann auch nicht, wie die da mal tun, ne? So, was haben wir hier noch? Ich glaube, du machst das. Hm, ich liebe Warren... G-Gayram. G-Gayram. Okay, ja, toll. Ja, also manchmal doch sehr kreativ, diese... Äh, Graffitis, aber das Problem ist halt kreativ in die falsche Richtung, leider. Oh, ein Seifenspender. Dieser ist fast leer. Die Leute müssen ihren brennchen Glut. Natürlich. Max Caulfield. Moral Avenger. Oder selbstrechte Hypocrite. Ach, und sie macht sich wieder ein bisschen fertig. So, gut, hier sind... Ih, hier sind die Duschen. Na ja, gut, sind gar nicht mal so dreckig. Und hier liegt eine Seife. Komm, die heben wir auf. Ist eh keiner hinter mir, bevor wir sie aufheben. Nö, okay. Gut, wir können sie natürlich nicht aufheben. Schade. Ah, da ist noch. Schade werden Freunde sein. 69 Reasons to bang Rachel. Übersetze ich mal nicht. Aber na ja. So. Sehr cool. Und jetzt kommen wir hier. Ja, cool. Wir sind im Schwimmbad. Ha, wie cool ist das denn? Und das ist ja auch etwas zu Schwimmbädern. Das ist ja quasi in Amerika, in fast jeder größeren Schule so, dass die ein eigenes Schwimmbad haben. Also, ich muss sagen, bei uns ist das ja eher weniger, eher selten. Also, wie ist das bei euch in der Schule? Habt ihr so ein Schwimmbad gehabt, ein eigenes in der Schule? Oder wie war das? Also, ich kann mich bei uns nirgendwo erinnern, dass wir eine Schule hatten mit einem eigenen Schwimmbad. Schwimmbrett. Schwimmbrett. Ich glaube nicht, dass niemand hier hier dräumt hat. Ich hoffe. So, mit der Chloe reden wir erst nachher. Wir gucken uns natürlich noch um. Sauerstoffflasche. Falls ich aus Luft stehe, weiß ich, wo ich komme. Ja, das Problem ist nur, wenn du, wenn dir die Luft ausgeht, dann kannst du nicht mehr laufen. So. Ah, hier haben wir ganz viele tolle Sachen. Kaffee und Schwimmbad. Ein guter Kombi. Ja, natürlich. Das muss man schon, sonst. Man muss ja vor allem die Otters, müssen ja abgehen wie ein paar Otter. Und da braucht man Kaffee, damit man da etwas abgeht, ne? Ja, wir bekommen es. Otters. Otter Power. Ja. Sehr schön. Also, die Otters, das Schwimmteam hier. Rettungstammes. Ach, wie süß. Warum nicht? Die sehen doch süß aus. Ach, Max. Schalttafel. Gut, die können, hier können wir einschalten. Das lassen wir aber vorerst noch. Das machen wir erst später. Jetzt guck mal ansehen. Genau. Toll. So. Wir gucken uns aber zuerst noch etwas um. Huch. Ansehen. Also, der große Plan ist, gewinnen. Ja. Das ist prinzipiell ein gutes Motto. Motto Nummer eins ist Ziel Nummer eins. Gewinnen. Ziel Nummer zwei gewinnen. Und Ziel Nummer drei? Ja. Natürlich auch gewinnen. Ja, warum auch nicht? Was ist das hier? Ach, ein Lichtschalter. Ah, ein Halloween-Kürbis. Können wir den mitnehmen? Können wir da was machen? Können wir den aufsetzen? Awww. Schau an den Baby-Halloween-Pumpkin. Na ja, so klein ist der jetzt auch nicht. So, da. Nein. Hier, die Tafeln. Okay. Wie gesagt, das Licht schalten wir erst ein, wenn wir uns alles angesehen haben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Sequenz weitergeht, wenn wir das Licht einschalten. Ah, und jetzt kommen wir hier auch in die Mädchen umkleiden. Hallo, Gorgeous. Du wünschst, Max. Du siehst nur wie ein Snoop. Ja. Ja, bist du in dem Fall auch gerade. Eww. Pink Goo. Ich sehe, warum jeder ihre eigene Soap bringt. Okay, also sie sagt... Sie sagt auf jeden Fall leicht andere Dinge. Das ist prinzipiell schön hier in der anderen Umkleide. Ich hoffe so, Freund. Ich hoffe so. in den 14. 40 Jahren. Ich bin in riesigen Tränen. Ich bin in riesigen Tränen. Ja, schön. Toll. Natürlich können Mädchen auch schwimmen. Das sind die größten, komforten Teile in Teile-History. Wann. Wann. Ja. So. So, sind wir hier. Flipper in einem Swimmingpool? Wann. 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 Die wird von der Person eingeretypert werden? Wann. Diese sind tolle femme 그 Motches? Die kleine Victoria. Im Geheimen macht sie auch Selfies. Wir lesen immer von der Seite an. Im Geheimen macht die liebe Victoria auch Selfies. Natürlich. Attas Essen размischen. Das hat Esen sore. So. Ein Bus-Ticket? War sie weg? Wie Rachel Amber? Also sie kann's noch nehmen. So, was haben wir hier noch? Ach, eine einzelne Socke. Hier ist... Wem gehört das? Ach, nur T-Shirts. Was ist Max? Eine Socke. Huch. Ansehen. Tja, das ist das große Geheimnis. Wo ist die andere Socke? Wir werden es nie erfahren. Ach, Brooke Schließfach. Und wir haben kein eigenes Schließfach, wie's auszieht. Es sieht aus, Brooke will, mit Warren zu fahren. Jetzt gucken wir uns weiter um, bevor wir das Licht einschalten. End of the World Party. Natürlich. Und hier sind ein Haufen so Matten, die im Wasser wahrscheinlich schwimmen. No running, no diving. Okay, also man darf hier nicht laufen und... Und auch nicht tauchen. Also nicht reinspringen. Nicht vom Becken heranspringen quasi. Aber wahrscheinlich kann ich hier nicht drüber gehen. Ach, doch. Geht. So, jetzt bloß aufpassen, dass wir nicht versehentlich reinfallen. Und nicht, dass wir nass werden. So. Oh. Don't touch end of the world. Okay, ja. Das sieht so aus, als wären das schon die Vorbereitungen für die end of the world party wären. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Was haben wir hier? Ah, Gästeliste. Sieh an, sieh an. Ah, Name ausradieren? Ja, wie jetzt? Welche Namen haben wir da jetzt ausradiert? Hm. Sollen wir das jetzt so lassen, oder... Nee, komm. Da spulen wir zurück. Bisschen schneller. So. Wir lassen das. Wir sehen es nur an. Aber wir schmeißen keine Leute... Ja, komm, sprich weiter. Wir schmeißen keine Leute runter, weil das geht uns nichts an. Wir sind ja... Wir stehen ja selber, glaube ich, eh drauf, weil wir haben uns ja bei der... Bei der einen Dame da... Da haben wir uns ja gut gestellt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, die Brooke oder irgendjemand. Und da haben wir uns eh gut gestellt und die hat uns dann auf die Liste eingetragen. Also, wir sind ja schon oben. Das ist schön. So. Chloe, was machst du hier? Och, die planscht hier ein bisschen. Sitz so da, verspielt. Chloe? Splash, splash. Sprechen. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Ist das nicht ein bisschen auffällig, wenn wir hier jetzt das Licht einschalten, Chloe? Hast du dir das schon überlegt? Hello, so waiting for the lights. Ja, offensichtlich. Gut, die Chloe hat sich das überlegt. Sieht natürlich dann jeder, aber... Ja, ja. Haben wir schon gefunden. Einschalten. Und es wäre das Licht. Ach, schön. So. Brauchen wir eigentlich die Handylampe nicht mehr. Oh. Wie hat sich die so schnell umgezogen? Moment. Das spulen wir jetzt mal zurück. Das will ich sehen. Wo sich die so schnell umzieht. Geht das ein bisschen schneller? Stopp. Time to do or dive, Max. Ach so. Ja, es ist jetzt natürlich blöd, weil wir müssen das Licht natürlich einschalten. Hm. Moment. So. Ah, die steht... Ah, die steht einfach so schnell auf. Moment. Ich spule trotzdem nochmal zurück. Ganz langsam. Weil die müsste ja dann ich... Ah, da geht es jetzt rüber. Okay, okay, okay. Ich kann das ja wohl mit ansehen. Nicht, dass ich jetzt spannen will. Ach nee. Ich kann das nicht. Ja, okay, gut. Ich kann es offensichtlich nicht mit ansehen. Ich will ja nicht spannen. Ich wollte das nur sehen, wie dies aus der Kleidung rauskommt. Huch. Ja, interessante... Unterwäsche. Hier so ein Miami... Miami-Schlüpper oder sowas. Ja, mit Palmen und so. So, Chloe. Was ist jetzt? Soll ich auch reinkommen? Ich habe ja Angst. Ich bin ja eigentlich wasserscheu. Sprechen. Ja, natürlich können wir auch reinkommen. Ist ja nicht so tragisch. Hauen Sie mal die Chloe. Sie genießt es. Es ist schön zu sehen, wenn die glücklich sind. in der Luft. Du, 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 du. Du bist so obvious. Und ich noch immer so freut mich über den Film. So stop. Ich kann nicht mehr sehen, ob die Schöne-Schlüpper. Ich kann nur reinkommen und verhüren. Otter ist Revenge. Ich bin ein Cheater. Ja, du wirst das wissen. Ich wünsche Rachel hier. Sie würde totalen lieben hier sein. Ich wünsche euch alle zusammen. Wir werden. Mit all dieser Dinge zu tun, ich bin zu denken, dass alles so verhängt. Und ich will herausfinden, für Kate's sake. Sie almost morgens heute. Ihr Macht verändert alles, Max. Especially dir. Ich kann schon sagen, du bist nicht so schickenshit mehr. Danke, Frau. Du kennst das, was ich meine. Du bist wie diese Kraft der Natur. More wie die Glück der Natur. Komm schon, mein Macht verletzt, versucht zu retten Kate zu retten. Vielleicht bin ich einfach zurück und zurück in Zeit. Für welche Grund? Du hast nicht zurückgekehrt, als du mich geschaut hast. Was? Ah, danke dir. Nicht diese Zeit. Aber das ist, weil du da bist, um meine Kraft zu starten. Also es ist Zeit, um in Zeit zu starten. Und wir sind sicherlich verbunden, weil ohne mich du nicht hast, deine Kraft, oder? Ähm, natürlich hätten wir ohne dich auch unsere Kraft entdeckt, aber, ja, geben wir ihr mal recht, weil, natürlich würden wir unsere Kraft lang nicht so viel einsetzen und so viel Spaß haben damit, wie mit Chloe, klar. Absolut. Du machst mich fühlen, wie ich weiß, was ich mache. Und du machst mich fühlen, wie ich eine Reise habe, um noch in Arcadia Bay zu sein. Ich hoffe so. Stopp, du bist so schuldig. Du bist wie die schmerzeste, die ich immer kennengelernt habe. Mehr als Rachel Amber? Mann, ich bin nicht ihr Gruppie, okay? Und ich bin sicher, dass du alle auf dich schmerzen hast. Wie Warren. Warren ist... nett. Guck? Autsch. Das bedeutet Freund-Zone. Nein, er ist wirklich cool. Es war so süß, als er zu Nathan kam, aber... ich habe nicht erzählt, über meine Rewind-Zone. Keine Worte. Als du auf dich schmerzt, wirst du die Welt schmerzt. Als du da mit mir bist. Keine Worte. Du bist so schuldig. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie verlassen. Ja, das ist so schuldig. Ja, das ist so schuldig. Weil wir yappen, stattdessen, als ob wir uns attackieren. Autor vs. Shark-Style. Ich glaube, ich habe meine Pool-Experience für den Jahr. Wir schauen. Wir machen es ein. Ich werde dich nie allein lassen, sagt die Chloe. Obwohl Max sie allein gelassen hat. Ja, das nennt man wirklich... nette Freundin. Wenn sie es auch so meint, wenn sie es so einhält, dann ist das... wirklich eine echte Freundin. Gross. Ich fühle mich, dass wir nur in der Chlorien-Base gewinnen waren. Du siehst schön, mit deinem Haar in Chemikalien. Danke. Du wirst es wissen. Halt! Halt! Halt!